Und herzlich willkommen zu Folge 67. Ja, bei dem letzten haben wir ein bisschen rumgetingelt. Hier haben wir das Haus ein bisschen erweitert, das heißt in diese Richtung hier, dass es ein bisschen besser aussieht. Hier müsste auch noch irgendwo eine Fackel hin. So, passt das schon. Hier unten ist auch alles okay hoffentlich, da oben hoffentlich jetzt auch. Wir warten ja eigentlich nur drauf, dass es ein bisschen schneller da oben läuft. Hier könnten wir Holz reinsetzen. An dieser Stelle. Und hier haben wir noch Muldig, zwei Stacks. Die lassen wir noch in Ruhe da drin. Ich muss ja auch auf eine Weizenproduktion hoffen, damit ich da ein bisschen was reintun kann, immer, dass das auch gut läuft. So. Gut, hier brennt noch definitiv. Da habe ich auch nicht mehr so... Da können wir jetzt so reinschmeißen. So. 32 hier noch durch. Dann gehe ich nämlich nochmal zu Ende, dass ich durch diese Maschinerie... Und... Zack. Zack. Dankeschön. Zwei hier rein. Zwei noch da rein. Jetzt läuft wieder einwandfrei hier. Plastik-Cheats müssen bei auffällig sein. Ja, das Plastikzeug wird jetzt geschmolzen. Wir bekommen jetzt mal Glas eine Runde. Dann können wir um die Löcher auch noch zumachen. Hier, wie gesagt, muss ich mal schauen, wie ich das mit den Pipes mache. Ob ich da Pipes dran setze, weiß ich noch gar nicht. Werde ich dann sehen. Aber erstmal lasse ich das hier oben definitiv offen. Dann können die Reste eigentlich so weit laufen, wie es lustig ist. Das brennt ja noch. Da kann ich noch hinten ein bisschen gucken. Weil ich muss jetzt, wie gesagt, darauf warten. Ich könnte jetzt auch wieder sagen, ich mache eine Pause und nehme dann gleich auch. Aber in der Zeit kann ich hier ein bisschen rumtingeln. Tingeln, tingeln, tingeln. Und dann nehmen wir jetzt halt nochmal ein Schlückchen. So. Oh, das tut gut. Ah, Kaktus. Bist du voll? Noch nicht ganz, aber den können wir, glaube ich, mal auffüllen. Genau, der kann aufgefüllt werden. Du hattest keine Reserve gespeichert, ne? Aber dann kann der gefüllt werden. Ich hatte doch dann gebrannten Silizium, ne? Achso, jetzt sind die Bienenhalves auch noch anders aus. Das ist gut. Das müsste noch eine Rocky-Biene sein. Prächtig. Ja, genau. Neter Quartz-Zeug. Neter Quartz-Staub. Und das müssen wir mit Dust verbinden und Glas, glaube ich, oder Whetstone. Ich glaube, Whetstone. Und dann bekommen wir nämlich die Kabel raus. Hehehe. Und dann müssen wir uns auch mit an der Eile machen. Dass beide schon mal so kombiniert wird. Aber wir müssen, wie gesagt, hier drauf warten, bis das hier fertig geworden ist. So, ah, elf Stück, komm, behaupten wir mal auf zwölf. Komm schon. Okay. Und. Ah, da bekommen wir vier raus. Und zack. So. Das müssten Goldkolben sein, genau. Und dann brauchen wir jetzt hier noch ein Töpfchen. Zwei davon. Plastic Cheats. Ah, jetzt habe ich das Ding vergessen. Brauche ich da irgendwas noch? Harvester brauche ich noch. Ne Harvester. Und den Planter. Mehr brauche ich gleich nicht. Zwei Scheren. Von den Dinger brauche ich auch welche. Und Sticks brauche ich zwei Stück. Dankeschön. Zwei Scheren. Eine Eisenachst. Und zwei von den Dingern. Stimmt wieder andersrum. Naja, diesmal richtig rum. In der Harvester kommt auch ein Kolben rein. Dafür habe ich wieder keine Whetstone mitgenommen. Da fehlt immer irgendwas. Dankeschön. So, bei der Kolben in der Mitte. Zwei davon hier hin. Blumentöpfchen. Die können schon mal in der Mitte. Dann können jetzt zwei hier oben rein. Dann haben wir den Planter. Und da mit einer Heizaxe. Schere. Na, kein Glas. Schere. Und Gold. Dann haben wir den Harvester. Dann brauchen wir jetzt... Das nicht mehr. Doch, wir brauchen... Eisenpipes. Vielleicht nur eine. Das brauchen wir gerade nicht. Das brauche ich nicht. Das kommt hier raus. Die Eimer können hier irgendwo hin. Ähm... Ähm... Zwei Obsidian. Zwei Obsidian. Moment, aufgefüllt. Jetzt nehme ich das Interface auch richtig. Weil im letzten Mal ist ja alles nach unten gerückt worden. Jetzt passt das Interface hoffentlich. So, komm, füll auf. Halt, ich brauche... Ich brauche nämlich noch ein bisschen Obsidian, zwei Stück. Sonst nehme ich die erst da raus. Ist eigentlich relativ egal. So. Das reicht. Füll da hinten auf. Dann brauche ich... Holzpipes. Dann brauche ich... Ein, zwei Kisten. Hm... Zwei Dias. Zwei Dias habe ich hier. Aber Holzpipes habe ich glaube ich nicht mehr, ne? Nip. Äh... Ne, Türen. Aber kein Holz mehr. So. Das sollte eigentlich reichen. Glas in der Mitte. Dann machen wir Holzpipes. Gold. Machen wir noch goldene Pipes nochmal. Dann brauchen wir Diamantpipes. Und dann brauchen wir... Ah, Sie Diamantpipes. Dankeschön. Die Pipes brauchen wir gleich alle. Dann brauche ich nämlich noch was. Das fließt zurück. Ich nehme mal vor, sie In-Sat-Pipes noch mit. Das Glas brauche ich jetzt aber nicht mehr. Ähm. Ähm. Finde ich auf der Seite auch die Upgrades? Ich glaube eher weniger. Ich muss hier noch ein paar Upgrades machen. Und zwar... Ich glaube, ich hoffe, dass es unter Upgrades steht. Da. Äh. Was nehmen wir denn für ein Radius? Das ist Emerald-Radius, ne? Was haben wir hier? Shiny-Metal-Radius. Das reicht eigentlich vollkommen. Shiny-Metal. Da brauchen wir reines Plastik für. Zwei Gold-Nugget. Viermal Whetstone. Und... Shiny-Metal. Zwei Stück. Okay. Yay, yay, yay. Hatte ich nicht mehr. Ich hatte kein Shiny-Metal mehr gehabt. Beziehungsweise ich hatte nichts gefunden. Hier ist ja nichts drin. Hier ist ein Unrad drin. Oh, da muss ich auf was anderes umsteigen. Was nehmen wir denn als nächstes? Diamant-Radius wäre das nächste da durch, ne? Dann nehmen wir Diamant-Radius. Ähm. Wo bist du da? Wisst ihr? Machen wir mal sechs Stück hier. Das brauchen wir später. So. Und dann brauchen wir noch Plastik. Was hoffentlich hier irgendwo drin ist. Da ist es doch. So. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Zwei Dinger da unten in der Mitte. Und Upgrades. Einmal zweites Upgrade. Dann brauche ich noch Glas einmal. Einmal Glas. Zwei davon. Oh, das sind nur Eisen. Nehm ich mal vor, sie haben mehr mit. Glas, Eisen, zwei Zahnräder. Witz, dann brauche ich nicht. Ich brauche noch einen Kolben. Kolben und dreimal Holz. Dreimal Holz. Und jetzt fehlen noch die Kolben. Wo habe ich die denn hingeschmissen? Hatte ich ja vorher noch gehabt. Da sind sie. Und ein Kolben. Dankeschön. Und vielleicht noch. Ähm. Und vielleicht noch hier. So ein Witz ist so ein Ding. Ja. Müssen wir erst so laufen lassen. Und. Aber die Sonne geht unter. Und das heißt. Wenn die Sonne untergeht. Heißt es für uns. Pennzeit. Und die Folge ist auch schon zu Ende. Sozusagen. Und dann werden wir jetzt beim nächsten Mal. Die Farm aufbauen. Und hoffen mal. Dass sie gut läuft. Bis dahin würde ich sagen. Euer Flash. Und tschüss.